Hi Leute und willkommen bei einem Info-Video. Wie man es bereits aus dem Titel entnehmen konnte, geht es um 7 Days to Die. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen keine neuen Folgen mehr aufnehmen. Wieso, weshalb, warum wird im Laufe des Videos erklärt, aber wir kommen jetzt erstmal zu den aktuellen Folgen. Habe insgesamt 35 Folgen aufgenommen, die gehen dann nach und nach online, also jeden Abend. Wie gewohnt geht eine Folge online und danach wird es erstmal ein paar Wochen keine Folgen mehr geben. Und wieso, weshalb, warum, das wird genau jetzt von mir erklärt. Habe absolut keinen Plan, wo ich anfangen soll, aber diese verpeilte und planlose Art seid ihr von mir gewohnt. Also, so, wo fangen wir an? Es ist ja so, dass wir auf einer zufällig generierten Karte zocken, oder besser gesagt, wir nennen es einfach Welt, ist einfacher, Welt. Auf einer zufällig generierten Welt, so. Und da haben wir nur Probleme. Wir fliegen andauernd raus, irgendwie Verbindung zum PCN verloren, Verbindung zum Server unterbrochen, oder wir fliegen auch einfach so raus. Oder, wenn wir Wasser holen wollen, fliegen wir raus. Und dann ist es halt so, dass wenn man am Hordentag rausfliegt, kommt dann in der Hordennacht, kommt keine Horde. Ey, das ist ja, ne, also, sag dir jetzt lieber nichts, ne? Also, könnte mich auch ganz anders ausdrücken. Naja, und diese ganzen Probleme betreffen wohl nur die zufällig generierten Welten. Denn bei mir wurde kommentiert, dass man in der normalen Welt, es gibt ja auch diese ganz normale Welt, wo man auch eine ganz normale Karte dazu im Internet findet, wo alle Orte sind, dass man dort viel weniger Probleme hat. Und, äh, ja, ich hab jetzt wieder den Faden verloren. Wo waren wir gerade? Ach, genau, ja. Probleme, Probleme und Fehler und Fehler ohne Ende. Naja, ich hab immer noch den Faden verloren. Naja. Und uns fehlen auch diese ganzen Punkte. Am Ende von dem Weg müsste ja normalerweise da ein Lagerfeuer sein oder ein Lagerfeuer sein oder ein Zeltplatz oder eine Wasserquelle. Äh, wir haben einfach gar nichts davon. Weil diese ganzen Probleme, ähm, hat man wohl nur in der zufällig generierten Welt. Warum auch immer. Und in der normalen Welt soll das alles wohl funktionieren. Und deswegen haben wir uns überlegt, erstmal ein paar Tage oder besser gesagt ein paar Wochen nichts aufzunehmen und dann nochmal in der ganz normalen Welt neu anzufangen. Weil es macht jetzt einfach keinen Sinn für niemanden, für die Leute, äh, die das LPT-Projekt gerne sehen und für uns halt. Macht es absolut keinen Sinn, jetzt an diesem Punkt weiterzumachen, wenn wir nur Probleme haben und wenn wir gar keine einzige Horde sehen. Es geht ja darum, dass wir halt immer sieben Tage Zeit haben, bis die Horde kommt und währenddessen alles aufbauen, Materialien sammeln und so weiter. Und wenn dann keine Horde kommt, dann macht das irgendwie keinen Sinn in meinen Augen. Und das war jetzt so, in der zweiten Hordennacht, äh, war es wieder genauso gewesen. Und, äh, habt ihr absolut keinen Bock drauf, dass es in der dritten Hordennacht wieder passiert. Es macht einfach keinen Sinn in meinen Augen. Deswegen haben wir uns überlegt halt jetzt erstmal das Ganze zu pausieren, ein bisschen abzuwarten und dann in der ganz normalen Welt, äh, von vorne anzufangen. Also komplett neu dort beginnen. Äh, das ist halt sehr, so eine Sache, die uns alle sehr sauer macht, sagen wir es mal so, sehr sauer macht. Weil wir haben da sehr viel Zeit investiert. Klar, es gibt Leute, die sind mittlerweile bei Tag, keine Ahnung, 193 oder was auch immer. Aber dennoch haben wir mit viel, ähm, ja, mit viel Liebe und Mühe uns dort alles aufgebaut. Und, ja, also wenn da jetzt kein Update kommt in nächster Zeit, weil wir warten ja darauf, dass ein Update kommt, was die Fehler behebt. Aber wenn dort kein Update kommt, dann, äh, werden wir dann so ab September auf der ganz normalen Welt komplett neu anfangen. Aber, das macht in meinen Augen auch gar nichts aus, also, weil jetzt ist ja eh im August die Gamescom und jetzt kommt noch No Man's Sky. Äh, von daher passt es in meinen Augen. Also, das ist jetzt kein Weltuntergang in meinen Augen. Ist etwas blöd gelaufen, klar. Wir haben ja viel Zeit und Mühe in das LPT-Projekt, äh, investiert. Aber, es macht einfach so keinen Sinn, da weiterzumachen. Und ich denke, dass ihr derselben Meinung seid, weil es macht keinen Sinn, dass ihr uns dann, ähm, zuseht, wie total abgefuckt und, äh, abgefuckt wir einfach sind dann beim Zocken. Wenn wir die ganze Zeit rausfliegen und keine einzige Horde in einer Hordennacht zu sehen bekommen. Äh, so, glaube, hier zwar alles gesagt, oder? Ich müsste normalerweise alles erwähnt haben, also die Folgen, die jetzt noch da sind, die werden auslaufen. Es sind insgesamt 35 Folgen und werde daraus noch ein Best-of machen, äh, so mit den, ja, mit den witzigsten Momenten, wenn man es denn so nennen mag. Genau, und dann, ähm, ja, würde es jetzt im August jetzt etwas, äh, leiser werden auf meinem Kanal. Also, okay, was heißt leiser? Es werden halt keine Seven Days, äh, Folgen mehr aufgenommen. Aber dafür kommen halt andere Sachen, ne? Zu Gamescom wird es auch noch ein Infovideo geben. Naja, es werden halt noch genug andere Sachen bei mir laufen. Und jetzt, na, ab September geht es dann wieder weiter. So, genug geredet. Hatte vorgehabt, das Ganze hier mit mehr Plan vorzutragen. Aber da ist mal wieder überhaupt nichts draus geworden, denn meine verplante Art ist mal wieder zu 100% anwesend. Aber bin dennoch der Meinung, alles gesagt zu haben. Ähm, genau, habe gesagt, dass alle Folgen, die jetzt noch da sind, auslaufen. Und dass es dann, denke mal, so ab September weitergehen wird. Also, bis zum nächsten Mal, Leute.